Ja hallo liebe YouTuber und ganz ehrlich, ich bin gerade so derbe abgefuckt. Ihr wisst ja, ich bin das letzte Mal die Treppe hier runtergeglitscht. Ja und der Dave ist... Und seitdem bin ich nochmal 5 mal ungefähr auf dem Server gejoint. Jedes Mal kurz bevor ich, kurz nachdem ich drauf gejoint bin, bin ich direkt abgekackt. Ja und das Problem ist, wenn man kurz nachdem man auf dem Server gejoint ist rauskommt, dann darf man einen schönen 300 Sekunden warten. Hat Dave 300 Sekunden gewartet, wurde von dem auch neu gespawnten Typ verprügelt. Etc. Und hier in der Nähe, also auf dem Krankenhaus steht auf jeden Fall einer. Ich habe auch ein paar Schüsse gehört. Und wir hoffen jetzt, dass wir hier kurz durch können und dann aus Elektro abhauen können. Genau. Ich habe hier schon etwas Parkermunition gefunden. Weil wenn wir aus Elektro raus sind, dann haben wir es. Dann haben wir endlich mal wieder einen Lauf. Ich habe jetzt schon eine UK Asset festgefunden. Wir sind ja relativ gut dran, aber wir müssen noch zum Krankenhaus und alles. Und das wird ein richtiger Horrortrip wieder. Ich bin es. Junge, ich bin es. Junge, komm runter, komm runter. Ich gehe als erstes, sonst geht es mir. Nein, du hast es. Alter, du hast die M4, du weichneid. Okay, dann geh mal irgendeine Seite. Ich sehe da niemanden. Warte. Okay, du hast grünes Licht. Du musst vor. Ich schwöre, du sagst mir, ich habe grünes Licht und du hast die M4 in der Hand. Komm, wir gehen hier wieder raus, oben aus. Warte, lass mich gucken. Ich sehe da niemanden. Okay, wir hoppen jetzt hinter dieses Teil, das da steht. Ich gehe als erstes. Lass uns zum Krankenhaus. Ja, ja, komm erstmal hierher. Vielleicht war das auch noch ein Zombie, der da oben steht. Komm jetzt hier, komm jetzt hier raus. Aus dem Tor, hinter das Haus hier. Komm. Ich komme, ich komme. Alter, mal wieder in den Lektor, es ist einfach ein Horror. Ja, ja. Hier sind schon so viele unschuldige. Warte, ich komme hier rechts. Geh jetzt schon, mach schon mal eine Tür auf und geh in dein Haus. Na los, rein mit dir. Alter, hier liegen Stöcke. Ich habe gedacht, da liegt eine Pumpgun. Rein, rein, dann kann ich die Tür zu machen. Ich habe gedacht, hier liegt eine Pumpgun. Bist du drin? Ich mache jetzt gerade die Tür zu. Ja, ich bin da. Hier liegen Handschuhe für dich. Hier liegen Stiefel. Die ziehe ich mir jetzt erstmal eiskalt an. Mach, was ist das? Weapon Cleaning Kit, brauche ich nicht. Handschuhe wo? Alter, ah. Weg da vorne vor der Treppe. Mann. Schnippst sie dir. Ist gerade wieder relativ gut ausgerüstet hier. Scheiße, bei mir glichst du bist du gerade in die Treppe reingeglischt. Oh, gehst du da vorne. Ich komme hier auch, die Etage höher. Hier liegen Schüsse, ein Sniper-Schuss. Nennt du die, die. Mach ich auch. Hammer, jetzt habe ich bald vier. Hörst du den Schuss? Ja, ich habe ihn gerade gehört. Boah, ich hoffe, dass es der Typ auf dem Krankenhaus ist. Ein Keinopener und eine fucking Cola. Gut, ich hoffe, dass es der Typ auf dem Krankenhaus ist. Ich trinke jetzt was. Mach. Wenn das der Typ auf dem Krankenhaus ist, ich wette, dass es irgendein Arschloch ist, der sich oben bei Elektro hinockt. Dann fischen wir uns den, ohne Scheiß. Dann musst du aber vorne. Ja, Mann. Nein, wir brauchen nur... Junge, sag jetzt nicht nein. Ich bin gerade so gereizt. Wenn ich welche wieder abkacke, schmeiße ich den PC durch die Wand. Was soll das denn? Was soll das denn bitte schön für eine Wumme? Das hat sich wie eine... Also entweder das ist eine extrem heftige Sniper oder eine Shotgun. Jetzt komm und mach keine Physiologien hier über was für eine Wumme das gewesen ist. Junge, der ist genau neben uns. Der ist genau irgendwo neben dem Haus. Jetzt mach, komm runter hier. Ich bin dabei, Junge. Geh raus. Aus der Tür. Okay, ich geh hier hinterher aus. Mann, ich bin gerade so aggressiv. Renn raus, jetzt. Hier, rüber zu dem grünen Haus. Okay, ich seh auch niemanden. Ich seh niemanden. Komm hier, hinter das grüne Haus am besten. In den Supermarkt? Ja, okay, renn durch. Ich steck die Straße, da ist niemand. Ich dachte, da wär jemand. Schnell, renn rein, renn rein. Rucksack. Hab ich schon. Okay, schnell hier nach hinten in den Laden. Da liegt irgendwas, ich kann nicht drüber. Belsi, hab ich schon. Ich hab hier... Das ist, das ist... Kleiner Rucksack. Da ist ein Zombie, Alter. Ich hab mich so erschreckt. Junge, geh doch in die Tür. Komm. Warte, lass die hinten raus. Ich mach den Zombie kalt. Warte, ich nehme mir die Axt. Lass mich raus. So, komm. Ich hab hier CM4 auch wieder. Mach du die Tür auf. Oder ich mach sie auf. Mach du sie auf. Ich steck die Straßen. Hey, das ist noch eine Feuerwehrwache. Siehst du die da hinten durch? Ja, ja, das ist ein Krankenhaus. Da ganz... Nein, da durch. Hier, bei den... Siehst du den Torstein? Ja, ich sehe es. Lass dazwischen das grüne Haus durchlaufen. Jetzt. Ich geh in das Haus. Mach, mach, mach. Ich mach die Tür hinter uns zu. Nichts. Aus hier wieder. Geh raus. Ich mach die Tür auf. Jetzt links rum. Links rum. Komm, folg mir. Wir sprinten zum nächsten Haus. Sollen wir nicht vielleicht gleich zur Feuerwehrwache durchlaufen? Ja, machen wir. Aber erstmal ins Haus. Da kamen wir immer mal wieder so einen kleinen Jackpot. Scheiße, hier ist nirgendwo eine Tür. Hier lang, hier lang. Lass uns einfach durchlaufen. Komm. Okay. Ich bin dabei. Warte. Ich sehe da oben keinen. Ich auch nicht. Komm weiter. Ich bin rechts von dir. Boah, Junge. Horrortrip durch Elektro 2. Liegt da einer auf dem Dach? Nein. Boah, wegen diesen scheiß Containerteilen dachte ich das. Komm, du musst als erstes rein. Jetzt komm. Ah, da bist du. Jaja, ich gehe jetzt durchs Loch. Guck mal du hinten nach, ob du irgendeinen siehst. Hinter uns irgendwo. Nein. Wir müssen auf jeden Fall später ins Krankenhaus. Okay, warte. Ich gehe rein. Vorsichtig. Ja, da liegen Schuhe. Was liegt hier? Nicht zu lange gucken. Kopflicht. Ich sehe mir die oberen Abteilungen an. Da oben liegt auch noch was. Ein Screwdriver, den kann ich gut gebraucht. Hier oben ist auch noch ein Motorrad. Ah, nein, ich habe ja keine Opern. Ja, ja, den hol ich mir warte. Ich komme nicht. Ja, ja, ich gehe jetzt. Jetzt, dass wir müssen die oberste Etage sein. Ich habe ganz umgelegend eine Feuerwehr, eine Axt. Ja? Ja, keine Feuerwehr, aber immer eine Axt. Jawohl, ich komme her. Ich komme. Ja, na, 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 na. Ja, ja, ich stehe hier in der Ecke. Nee. Nein, jetzt wenigstens wird es mal langsam wieder etwas. Ich erstmal ein bisschen Reis. Ich gucke mal auf die Straße. Ich sehe da aber niemanden. Guck du noch mal, ob du da irgendeinen siehst. So, ich habe auch keinen Hunger mehr. Ich esse was, ne? Denk nicht. Auf dem Krankenhausdach sehe ich auch niemanden mehr. Auf dem anderen Dach war der aber Am Ortseingang Ja? Ja Okay Okay, warte Wo ist das Krankenhausdach? Da hinten Da müssen wir es hinschaffen Okay, komm Nein, geh du vor Ja, ja, geh zur Seite Damit wir da nicht runter irgendwo glitschen Ich geh runter Weißt du das gerade? Ja, ich war das, ich hab nur sehr eingeschluckt Boah, hatte ich gerade Herzstillstand, Junge Das war genau das Geräusch, als du geglitscht und gestorben bist Okay, lass die raus Renn Komm mit Nein, hier ist niemand, ich sehe jedenfalls keinen Lass da durchs Tor Ich mach's auf Mach, mach Ich geh auf Mach, 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 probier's, probier's aus Steck uns von hinten, wenn die einer langkommt, ist er tot Geh doch auf Lass mich mal Boah, ich hasse das mit Toren, ganz ehrlich Komm Warte Auf den Jügel hier drauf, auf den Jügel, da können wir von dort aus den Ort beobachten Da steht einer Wo? Bist du? Oh, Junge Ja, Junge, du warst bei mir noch Komm jetzt, einfach bitte Du bist bei mir plötzlich nach vorne gelegt, bei mir standst du noch beim Tor und plötzlich stehst du da vorne Ja, komm einfach hier hoch Der Server ist am Abkacken, ja, Junge, bitte Ich seh Ja, ja, ich bin ja dabei, ich bin dabei Boah, Junge, ganz ehrlich, beinahe wäre ich der Wäre ich schuld gewesen für deinen 218. Schuss Tod Ich hab schon wieder gerade einen Schuss gehört Von hinter uns Ich renne den Hügel gerade hoch Der guck du nach Ach, Junge Die Server ist Die Server ist am Lacken und wie Bei mir nicht, bei mir sagt dir nur, dass Server ist am Abkacken Ja, das meine ich ja mit Lacken Wir sind fast wieder am Ortseingang, warte, ich muss Ich bin jetzt oben auf dem Hügel Ich muss frei sich aufs Krankenhaus bekommen, Mann Ich seh das Krankenhaus Wo bist du denn? Ich bin ganz oben auf dem Hügel Ja, ich auch Ich war ganz elektro Bei diesem Zaun bin ich Da war schon wieder ein Schuss Ich komm jetzt hoch, also nicht erschrecken Ja Ich weiß doch nicht, wo du oben stehst, aber egal Bei diesem Zaun, da ist so ein Zaun Ich seh den Zaun, ich komm Da ist, hinten steht ein Zombie rum Du gehst nur ein Baum, ja Ja Okay So irgendwo von rechts kam gerade ein Schuss Komm Warte, warte, wir müssen uns umsehen Vielleicht sehen wir den von hier oben, dann haben wir ihn Haben wir ihn gegessen Guck dich am besten auch nochmal um, also bei der Feuerwehr Oh, Junge Was? Was? Ich hab nur so nach Relais geguckt, auf einmal kam da so ein Stück Busch, Alter Und ich dachte, da steckt jetzt jemand vor mir Nice Da ganz links steht immer noch dieser scheiß Zombie rum Okay, auf dem Krankenhausdach sehe ich aber auch niemanden Bei der Feuerwehrwache auch nicht Ja, auf dem Krankenhausdach, ich meine ja auch davor, vor dem Dach Das wird von dem Haus versperrt Ja, ja Nee, nee, von hier oben siehst du das komplette Krankenhausdach Nein Da, wo ich stehe jedenfalls Dann komm hier hin und guck es dir an Sieht man eben nicht, man sieht nicht das da vorne Warte, ich geh mal etwas weiter nach hier Da kann man durch die Lücke gucken Oder vermutlich meinst du das falsche Krankenhaus oder so Also ich meine das Krankenhaus, das du da links so einen Turm hast Bei dem kann ich hier von hier aus auf das ganze Dach gucken Also ich sehe absolut keinen Ich auch nicht, ich sehe niemanden Aber die Schüsse kamen gerade aus von rechts Das waren solche Shotgun-Schüsse irgendwie Ich guck mich hier nochmal um Und da rechts beim In der Nähe von dem Feuerwehrwache sehe ich aber auch niemanden Ich komm wieder hoch Kannst du mir vielleicht die Merknam jetzt geben? Ich hab jetzt genug Platz Mach ich, komm her Ich bin wieder beim Baum Ich bin da Okay Warte, ich schmeiße dir jetzt die Merknam raus Auch Muni? Ja, sechs Schuss sind da noch Ich geb dir gleich die anderen Die liegt da Ja Und selbst wenn du jetzt stirbst und die Merknam verloren geht Ist jetzt egal Wenigstens kannst du jetzt was durchhalten Okay, ich geb dir ein bisschen Munition für die Äh, so, so Wow Hast du das? Nein Renn hoch Renn weg Schieß Nein Über den Berg, Junge Durch die Wälder Durch die Bäume Von wo, verdammt? Von irgendwo hinten Renn einfach durch Ich hab da gerade Kugel einschlagen gesehen Äh Und einfach durch Wo bist du? Ich hinten über den Berg Ich glaub einfach über den Berg Ganz nach hinten Wo das Haus kräht das Grüne? Nein, einfach irgendwie In der Gegend gesetzte Richtung Über das Berg Ja, ich sehe das Grüne Haus Komm da hin Ich weiß nicht, wo du bist Ich auch nicht Ich bin jetzt gleich auf diesem Weg Jetzt bin ich auf dem Weg Da, ich sehe dich Ich bin rechts von dir irgendwo Bist du da? Ja Ja, ja Ich lauf hier aber durch die Büsche Ach ja, nein Wir dürfen uns nicht verstecken Lass hier auf dem Berg Oder ne Das dauert schon wieder viel zu lange Oder Wir laufen zu dem Wir laufen zu irgendeinem Busch Neben dem Haus hier Und bleiben hier War da jetzt der Schuss Den du die ganze Zeit über gehört hast? Ja Da war der gerade schon wieder Lass hier Hinter dem Büsche beim Haus Sicher, dass der auf uns geschossen hat? Ja, Mann Ich hab die Kugel neben mir einschlagen hören Lass hier hoch Und dann hier zum Busch Alter, das ist so krass gerade Das ist mega krass, Junge Sollen wir weiter nach oben? Nein Ich stehe da nicht so frei Ich stehe ja schließlich genau neben dem Busch Warte mal, ich glaube, ich hab da gerade was gesehen Ich hab mich hingelegt Fuck, Mann Er soll hier hochkommen, Alter, wir machen den Geil zusammen Ey, Junge, deswegen meine ich ja, vermutlich, vielleicht denkt er ja, dass wir zur Hütte gelaufen sind Und wenn er dann jetzt hier hochkommt Dann könnten wir ihn eigentlich von oben über... Ich geh doch höher auf den Hügel hoch Okay, ich komm... Nichts von dir jetzt Ich komm mal voll die Kasse aus, ich hab alles Ich geh auch hier weiter hoch Zombie Wo? Boah, hab ich mich erschrocken, Junge Hier irgendwo bei mir Hab ich gerade mega anlauten Zombie gehört Da unten ist übrigens ein Brunnen Schön, das hilft uns jetzt gerade nicht super viel weiter Komm hier hoch Ich bin dabei, ich bin dabei Aber ich hab die Firefighter-Ax Wo müssen wir sehen, ich gar nicht Inter... rechts von dir Nein Ja, jetzt hinter dir Komm etwas hier runter, wir müssen den Weg in Sicht haben Ja, komm, folg mir einfach Hier am besten, so in diese Büsche Oh, ich seh dich schon wieder nicht mehr Alter, man verliert sich hier oben, voll schnell Ah, komm, gerade, links, 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 rechts Nein, links, links, weiter, 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 hier Hier bin ich Oh Junge Der Junge ist dir nur Büsche Links, 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 rechts, rechts So, hier Mein Gott, renn nicht weg Ja, Junge, du sagst, lass uns ein bisschen wangen Ja, die Folge ist zu Ende Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Okay, komm Hauptspannung pur Bis dahin, ciao